Perleberg. Am 23. Juni hatten Silvia Raths, Fachberaterin für Multiple Sklerose im Kreiskrankenhaus Prignitz, und Bettina Delfanti von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft zu einem Treffen mit Betroffenen in die Cafeteria des Kreiskrankenhauses geladen. Das Treffen diente unter anderem einem Erfahrungsaustausch und soll zukünftig regelmäßig stattfinden. Der nächste Termin ist am 22. September um 10 Uhr in der Cafeteria. Der Stammtisch soll Betroffenen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen. Fragen zur Krankheit, aber auch zur Beratung oder der Beantragung von Pflegeleistungen sollen bei zukünftigen Veranstaltungen eine Rolle spielen.